Seitenfresh. Das ist Booster. Das ist der Teufel, Digga. Moin. Ey, wir trinken jetzt zum ersten Mal Booster und gehen einfach direkt trainieren. Da bin ich mal gespannt, wie so ein Booster reinhaut, ne? Alter, boah, krasser Booster. Booster. Gehen direkt rein. Gehen direkt. Stürm am Boden, vertreibst nochmal und ein Zoll. Der Booster kickt wahrscheinlich gar nicht sofort, ne? Digga, hab ich eben die falschen Gewichte oder kommt mir die voll leicht? Irgendwie viel zu leicht. Okay, jetzt kann ich nicht mehr. Ich lauf es hier auf. Okay, wir beruhigen uns wieder. Jetzt konzentrieren wir uns wirklich, okay? Ich geh nicht. Ich fühl mich grad so, als würde mal wer zuschauen beim Training. Ich glaub, wir haben unsere Schultern langsam aufgewärmt. Ich will diesen Raum hier voll zu, denn dass es hier laut sein kann, wie ich will. Ich will richtig ausreißen, Alter, weil ich nie laut sein kann. Weil ich nie laut sein kann. Digga, Katze, halt die Fresse dir. Felix, Frau, mach ein bisschen noch ertrückt. Der Titel wird einfach eins zu eins genauso heißen. Allererstes Mal Booster, genau. Ja. Das tut er. Du weg. Ey, sag mal die Uhrzeit hier im Chat, Jürgen. Wofür seid ihr da, Alter? Um mich halt zu wichsen auf meinen Lauchkörper, oder was? 11.15 Uhr, sehr gut. Sehr gut. Digga, gestern nicht trainiert. Ich fühl mich super. Eure Stücke. Das letzte Mal, als ich Booster genommen hab, war mal vor der Schule. Ein Joint vor der Schule geraubt, bevor ich in den Bus gestiegen bin. Digga, ich bin einfach im Bus zusammengeklappt, Alter. Super. Umso mehr der Booster kriegt, umso mehr Tränen ich jetzt gerade gemacht habe, umso mehr fängt bei mir meinen Kopf anzukribbeln. Ich weiß auch nicht, ob das zu viel war, oder nicht. So viel war es, glaube ich nicht. Ich hab so einen ganzen Scoop genommen, so ein kleiner. Ich glaub das waren 5 Gramm oder so, oder? 0,5 Gramm, ich weiß das nicht. Booster. Vielleicht, Alter, werde ich gleich auch aufhören zu trainieren, oder sowas. Ich weiß halt gerade nicht, wo ich die Kamera hinmachen soll, ne? Ich will ja auch, dass meine Fresse drauf ist. Ich will ja auch, dass ihr meine hässliche Fresse dabei seht. Ich hab's. Ich hab's dir gehört. Kost, mein Bester. Kost, danke dir für den Sport. Danke, dass du so ein Trap bist. Ich seh nicht viele im Chat, weißt du was ich meine? Okay. Wir machen weiter. Das ist lustig. Kurz zusammenklappen, Digga. Nice, man. Achso, ich hab ja meine Haare meine Seidenflash gemacht. Lauchkörper. Was war echt das unkonzentriertste Training bis jetzt? Was ich gemacht habe? Digga, wir werden weiter. Das waren zwar jetzt so 10% zu viel, aber scheiß drauf, Digga. Ich bin Team Förster, Digga. Digga, dieses YouTube-Video. Ich werde mich beim Schneiden. Ich werde mich selbst beim Schneiden. Heute gleich so kaputt lachen, Digga. Es ist so lustig. Eigentlich voll, es wird so lustig. Ich bin beim Schneiden, Digga. Hab ich selbst auf den Tisch gehauen und sowas. Das ist ja alles keine Show oder so eine Scheiße, wie ich drauf bin. Dass halt da Teller-Backflips gemacht haben auf dem Tisch. Was ist das? Was ist das? In diesen Worten verabschiede ich mir jetzt hier. Autoräne-Wichser.